Hallo und herzlich willkommen zurück bei E-Lux. Ich habe mir geradezu die Beschreibung des Plasma-Gewehrs angeschaut und da gibt es ein EMP. Wenn ich zuerst ein EMP auf so einen Kampfkoloss haue, dann müsste ich ihn nachher mit einem Plasma-Ball oder mit einem Einzelschuss ganz gut treffen können. Aber anfangen muss ich bei den Maschinen auf jeden Fall mit einem EMP. Das heißt, ich sollte unbedingt auf EMP stellen für die Kampfmaschinen. Für die anderen wahrscheinlich eher auf das da. Na, schauen wir mal. Da drüben läuft was, okay. Na gut, dann... Dann schauen wir mal. Hopp. So. Wie weit haben wir es jetzt noch? Ähm. Nicht mehr weit da oben sollten die alle sein. Ach, das sind doch Drohnen dabei. Okay. Da müssen wir auf jeden Fall noch hoch. Aha. Okay. Oh, da haben wir wieder was zum Einsammeln. Eine Goldraune. So. Wo ist ein Teleporter? EMP? Okay. Hm. Die Bergflanke im Rücken. Klar einsehbare Zugänge. Ohne Zweifel ein Ort mit einigen taktischen Vorzügen. Da drüben! Boah. Nach mir schießt irgendwas. Musst du weg? Au. Wie er hier wirkt. Achtung! Boah. Aber. Ist ja eigentlich ganz gut gewesen bisher. Also mit dem Empier kann ich die ausschalten. Ähm. Das stand dran. Ja, das da. Das war noch vorher. Ja, okay. Nehmen wir mal. Das heißt, da vorne kämpft auch noch einer. Ich fang gleich mit dem EMP an. Hm. Die Bergflanke im Rücken. Klar einsehbare Zugänge. Ohne Zweifel ein Ort mit einigen taktischen Vorzügen. Na komm. Das bleibt nicht ungestattet. F. Das bleibt nicht ungestattet. Ähm. Da drüben! Oh. Nicht schon wieder. Okay. Einmal noch. Jetzt krieg ich's dann hin. So. Komm mal. Pratsetzen. Noch einmal. Also. Irgendwann hol ich das nachher. Ich weiß schon. So. So. Waffe. Noch nicht. Einsammeln. Können wir da rüber gehen? EMP. Ein Ort mit einigen taktischen Vorzügen. Da drüben! Okay. Komm. Wie er schießt da? Die Drohne da noch. Die Drohne da noch. Die Drohne da noch nicht. Die Drohne. Okay. Die Drohne. Die Drohne. Die Drohne. Da ist irgendwo noch eine Drohne unterwegs. Noo. Okay. Fünf. Wieso bin ich eigentlich alleine? Aua. Also zuerst alles andere ausschalten. Und dann den großen. Irgendwie. Fortsetzen. Das kriegen wir hin. Hoffe ich. So. EMP. Einst lebten hier zivilisierte Menschen. Reizvoller Gedanke. Ich bin direkt hinter dir. Aua. Die Bergflanke im Rücken. Klar einsehbare Zugänge. Ohne Zweifel ein Ort mit einigen taktischen Vorzügen. Ich greife an. Ja, das wäre okay. Okay. Das bleibt nicht. Okay. Oops. Okay. Oh. Oh. Ich probiere das jetzt weiter. Es muss gehen. So, fortsetzen. Was könnte ich noch machen? Haben wir Rüstung plus 10. Gesundheit plus 100. Gehen wir den mal auf die 8. EMP Probieren wir es mal von hier. Einst lebten hier zivilisierte Menschen, reizvoller Gedanke. Achtung! Da drüben! Ich komme! Gut. Okay. Komm, Mechaniker. Macht's. Da drüben! Macht's. Mach weiter! Boah! Geschafft! Gut. Aber leider hat mein Mechaniker nicht gebetet. Tut mir leid. Fast. Er hat wirklich lange überlebt. Gut. So, wir haben alle und da oben ist ein Teleporter. Hm. Die Bergschleife im Rücken. Klar einsehbare Zugänge. Ohne Zweifel ein Ort mit einigen taktischen Vorzügen. So, wir haben hier. Da drüben. Oh. Uah! 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 Der macht mir gar keinen Schaden. Ich kann den so zurückschießen. Okay, weg da. Diesmal egal. Komm mit, Falk. Und wir brauchen Plasma-Munition. Da drüben bei dem waren wir ja schon, oder? Puh. Da drüben bei dem hier waren wir ja. Da haben wir auch alles gedootet. So, dann gehen wir jetzt zur Festgeberin, zu Anna. Mal schauen, ob die mit den KI-Chips was anfangen kann, hoffentlich. Man muss das Eisen schmieden, solange es noch heiß ist. Irgendwo da... Da ist sie ja. Erst jetzt? Dann kann ich versuchen, dass es nicht noch mehr Chaos hier im Hort gibt. Gib her die Dinger. Okay. Es tut mir leid, dass ich so lange gebraucht habe. Mir kam etwas dazwischen. Na, immerhin hast du so viel Anstand, dich zu entschuldigen. Ich will mir nicht so sein und dich trotzdem bezahlen. Puh. Besser, ich habe die Chips spät bekommen, als nie. Wir sehen uns. Oh Mann. Sehr nette Dame. Ich habe jetzt keine Zeit. Okay, gut. Dann ist es vielleicht auch besser so. Gut, was haben wir jetzt? Mit der Anna sind wir fertig. Der Lieferant. Schauen wir mal, wo muss man da hin? Ach so, die Händler, da habe ich jetzt, glaube ich, nur in Siegfried, glaube ich, oder? Gehen wir mal kurz zu dem. Warum liegt denn du da so... Warum liegt so... Warum liegt so eine tote Klärgerin? Will ich das wissen? Lass uns handeln. Tut mir leid. Dir habe ich nichts zu verkaufen. Xander hat dich auf die schwarze Liste gesetzt. Aber warst nicht gerade du der, den ich bezichtigen hätte sollen? Komisch. Na gut. Ja, ja, dann auch nicht. Zeig mir deine Ware. Okay. Ach, mit dem kann ich trotzdem handeln. Okay. Die Plasma-Zellen brauche ich jetzt immer. Wofür sind die für Laserwaffen? Laserwaffen, okay. Und was habe ich zum Verkaufen? Ich könnte dir alles mögliche verkaufen. Oh, Mann. Da. Anleitungen haben wir immer nur einmal. Ähm. Die Bolzen waren so schlecht, glaube ich, oder? Bolzen. Dann können wir aber auch gleichzeitig die Armbrust verkaufen. 28, 31. Ja. Die Armbrust. So. Annehmen. Dankeschön. Dann erlegen wir das jetzt beim Tor. Dass die Händler wieder handeln können mit mir. So. Ich will, dass die Händler hier im Hort wieder mit mir handeln. Was bist du denn bereit dafür zu tun? Ich hoffe, das kann diese kleine Unannehmlichkeit aus der Welt schaffen. Ah, ich sehe. Langsam sprechen wir die gleiche Sprache. Betrachte uns als Quid. Deine Schulden sind getilgt. Viel Spaß hier im Hort. Händler. Weiter gehen. Ich habe zu tun. Und. So. Ähm. Händler. Lass mich damit in Ruhe an. Libin, zeig mir deine Ware. Alles klar. Ich bräuchte... Du wirst gar nichts für mich. Nein. Du hast nur Auslohzeug und sowas. Und du hast wahrscheinlich keine Waren. Also keine Waffen. Natürlich. Nein. Du hast nichts für mich. Ach, vergiss das einfach wieder. Also zwei Händler, die mir gar nichts bringen. Ferdinand. Zeig mir deine Ware. Sicher doch. Du hast sicher was für mich. Nur 18 Stück. Na gut. Und. Und wen haben wir jetzt? 59. Das ist nicht viel. Diese Woche ist wieder ein Bohrer kaputt gegangen. Aha. Oh, da haben wir die anderen beiden. Ich will nicht suggestiert werden. Nicht mein Problem. Das hättest du dir vorher überlegen müssen. So, wir müssen zu den Elex-Händlern. Dazu müssen wir hier her. Äh. Keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Ich komme ja nur von da. Dann schauen wir mal. Wir sollten unsere Lehren aus diesen Ruinen ziehen. Hm. Bist du doch auch ein Händler, oder? Diese Anlage muss wohl einst zur Wasseraufbereitung gedient haben. Dennoch empfehle ich es nicht zu kosten. Wieso denn nicht? Bestimmt lecker. So. Aua. So. So. Sorry. Und ich würde sagen, bevor wir da jetzt bei der Straße sind und das nächste Problem haben, sage ich einmal Tschüss, Tschöpapa. Bis morgen. Und bis zur nächsten Folge. Ich überlege nur gerade, müssen wir in die Richtung? Ich glaube, wir müssen in die Richtung. Ja. Da müssen wir hin. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.